Samstag, der 8. August 2020. Es ist 19.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Mirjam Hanna. Ja, hier ist was los, liebe Tippern. Nicht nur die Temperaturen lassen mich ins Schwitzen kommen, sondern auch unsere Millionen. 22, sage ich nur. Lassen wir uns schnell starten. Kugeln und Ziehungsgeräte sind ordnungsgemäß überprüft. Alles ist einsatzbereit. Ich drücke die Daumen, sage viel Glück und Ziehung frei. Es ist hier und heute richtig heiß. 36 Grad raus und hier drinnen. Unsere 22 Millionen heizen uns auf jeden Fall zusätzlich ein. Wir kommen zu unserer ersten Lottokugel für heute. Und das ist die 28. Bei unseren 22 Millionen fällt mir eine Geschichte von dem Mann aus Düsseldorf ein, der seinen 22 Millionen Gewinn einfach um ein paar Minuten verpasst hat. Das gibt es tatsächlich. Kugel Nummer 2 ist die 48. Ja, so war das. Er hat seinen Lotteschein erst nach dem Einkaufen abgegeben. Das war dann zu spät für die Ziehung und der Schein galt erst für die Woche drauf. Erstmal nicht schlimm soweit. Kugel Nummer 3, meine Liebste, ist die 8. Aber genau dieser Schein wäre an diesem Tag 22 Millionen Euro wert gewesen. Ich bin sicher, das hat der Tipper bis heute nicht vergessen. Kugel Nummer 4 ist die 18 heute. Ja, und daran muss ich jetzt immer denken, wenn ich 22 Millionen höre. Also bitte, liebe Tipper, erst den Schein abgeben, dann einkaufen gehen. Und Kugel Nummer 5 ist die 14 heute. Ein Kreuzchen bei den Zusatzsatterien kann sich auszahlen. Sie wissen es, liebe Tipper, dort verbergen sich oftmals richtige Schätze. So wie diese Woche. Viermal 100.000 Euro gehen raus nach NRW, Hessen und Baden-Württemberg. Und unsere 6. Und letzte ist die 25 heute. Hier nochmal zur Ansicht die gezogenen 6 richtigen Sommer-Lotto-Zahlen. Und was brauchen sie? Zum großen Jackpot-Glück natürlich unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt. Daumen sind nochmal gedrückt. Ziehung frei. Ja, die Temperaturen steigen. Passend dazu auch unser Jackpot. Sommerlich heiße 22 Millionen sind heute hier zu holen. Natürlich nur mit der passenden Superzahl. Schauen wir mal. Und das ist heute die 7. So, und dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen auf unserem Monitor gemeinsam an. Hier sind die Lotto-Zahlen. 6 aus 49. 8, 14, 18, 25, 28, 48. Die Superzahl ist heute die 7. Die Zahlen der Zusatzlotterien werden ja immer bereits im Vorfeld der Ziehung ermittelt. Hier kommt die Zahlenreihe aus dem Spiegel. 77, 19, 0, 22, 88. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 5, 5, 6, 2, 7, 0. Liebe Tipper, es ist Samstag, der 8. August. Es ist Sommer, es ist heiß, es gibt einen riesen Jackpot. Und dieses Datum steht im Kalender für nicht weniger als den offiziellen Weltkatzentag. Wir haben schon so viele Katzenbilder und sogar tippende Katzen als Fotos bekommen. Vielleicht bringen Sie dem ein oder anderen das Quäntchen Glück heute, was vielleicht sonst fehlt. Also liebe Zuschauer, alle Quoten und Ergebnisse gibt es wie gewohnt auf lotto.de. Ein wunderschönes Wochenende bis Mittwoch um 18.25. Tschüss und auf Wiedersehen. Lotto 6 aus 49. Spielen beim Original.